Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, natürlich, denn es war ja schon bekannt, dass es ein Drachen-Event geben wird, was am Dienstag losgeht um 10 Uhr. Wir wussten aber noch nicht genau, was. Gerüchte waren da, dass der Sharknado auftritt, der mit dem roten Köpp ist, wie ihr da seht. Und jetzt wissen wir genaueres. Und genau heute, also in dem Fall gestern, kurz vor Chill mit Ramses, den Livestream am Montagabend, habe ich mich mal kurz gelegt, kurz mal verschnauft. Und genau in dem Moment sind dann die News rausgekommen dazu. Jetzt sitze ich nach dem Chill mit Ramses Livestream hier. Es ist jetzt auch nach 0 Uhr. Es ist jetzt also schon Dienstag. Ich kann also von heute reden. Heute geht das Event los um 10 Uhr. Und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was da jetzt alles dabei ist. Wollen wir kurz nochmal uns anschauen, Senf dazugeben und so weiter. Drachen Stiegen Abstieg. So ein blöder Name, wie ich finde. Drachen Stiegen Abstieg. Was? Schardrago gibt sein Debüt in Pokémon Go. Von uns liebevoll dann also Sharknado genannt. Sieht interessant aus. Erstmal hat einen feuerroten Kopf drauf. Viele haben jetzt schon im Stream gefragt. Hey Ramses, Ramses, kann das was? Ist das was Gutes? Ist der Fettwetter der neue beste Drachenangreifer? Ich kenne das Pokémon natürlich nicht. Ich kenne gar nichts. Habe aber jetzt schon rausgehört, dass der also nicht so krass wird. Dass der keine Weiterentwicklung hat. Der hat keine Vorentwicklung. Der wird einfach nur als einzelnes Pokémon so existieren wie Girafarig oder Panzer Aeron oder irgendwas anderes halt. Was man halt so nicht entwickeln kann. Kommt auf maximal glaube ich 2700 WP und ist damit jetzt eigentlich nicht so brutal, ja. Viele feiern das aber wegen seinem Design. Finden das ganz nett. Oder wollen das Shiny haben. Denn es wird als Shiny eingeführt. Das ist das erste Mal, dass es in Pokémon Go auftaucht und wird auch direkt als Shiny eingeführt. Das ist an sich nichts Besonderes. Das gab es ja schon mit Absol. Absol in die Raids gepackt. Konnte man Shiny kriegen. Alola Knogger in die Raids gepackt. Konnte man Shiny kriegen. Auch bei Shinux-Klick. Praktibalk war es so. Wurde in die Raids gepackt. Oder halt aus Eiern und konnte man Shiny kriegen. Ist also nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Drachenstiegenabstieg vom Dienstag dem 7. Dezember. Also heute 10 Uhr. Bis Sonntag den 12. Dezember 20 Uhr findet dieses Event statt. Die Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft geht weiter. Was? Geschafft? Ein Teil der geheimnisvollen Tür, die den Weg zu der alten Höhle versperrt wurde, entriegelt. Das Klacken des irgendwas... Ich verstehe kein Wort, aber auf jeden Fall wird es wieder ein Stück Forschung geben. Guckt also mal in eure Forschungstabs bei Spezial und bei Heute und bei allem anderen. Nach weiteren Forschungen, blablabla, Pokémon, Drachenstiege zu Hause, Sichtungen von Feuer, Elektro, Eis-Pokémon, legendäre Drachen-Pokémon, so Thun, Rishiram, Sekrum, Kyurem. Also das ist halt alles diese besondere Jahreszeit, die jetzt auftritt. Und es siehst ja auch, dass es wieder eine Sammler-Herausforderung gibt, alles mögliche. Guckt wirklich mal immer in eure Tabs rein, wenn ihr da Aufgaben habt, dass ihr die fertig macht, alte Aufgaben fertig macht, neue Aufgaben anfangen. Ich denke mal, das ist ein allgemeiner Text. Sammler-Herausforderung steht nämlich extra, hier unten nochmal. Aber eine Spezialforschung dazu gibt es, glaube ich, nicht, oder? Es gibt aber ein Pokémon-Debüt, eben dieser Sharknado, wie wir sagen, mit Shiny, mit etwas Glück, könnt ihr einem schillernden Exemplar begegnen. Was total gut aussieht, lustig aussieht, mit Gelb-Grün dann, statt Blau-Rot, finden viele richtig toll. So wie es aussieht, wird er aber gar nicht wild auftreten, oder was? Aus Feldforschungen und aus Raids eben, sicherlich dann irgendwann auch mal aus Eiern, oder schon aus Eiern, wer weiß das schon. Ich blicke da noch nicht ganz durch, aber ich glaube, wild wird er nicht sein. Wenn doch, dann wäre das natürlich sehr nett für Bonbons-Farmen, 100% Suche und so weiter. Sammler-Herausforderungen wird es wieder geben. Sammelt alles, was da steht, wird euch auch wieder im Heute-Tab angezeigt. Am Ende gibt es dann 1000 EP, 3000 Staub und eine Begegnung mit Shadrago. Jetzt kriegt ihr den also exklusiv einmal so. Ihr müsstet nicht unbedingt raiden, um den Pokédex-Eintrag zu bekommen. Wer wirklich einfach nur den Pokédex-Eintrag möchte, der schließt also einfach die Sammler-Herausforderung ab und dann kriegt er eins. Und das passt so. Vielleicht habt ihr Glück und das ist sogar ein Shiny. Wer es schafft, aus der Sammler-Herausforderung das Shiny zu ziehen, das ist wahrscheinlich dann der Schocker der Woche. Das wäre auf jeden Fall richtig brutal. Wilde Pokémon. Da ist er nämlich nicht mit aufgelistet. Wilde Pokémon, die jetzt während des Drachen-Eventes erscheinen. Denn ihr habt Wulpix, Jorob, Dratini, Voltilam, Sneebel, Knacklion, Elyceba, Flampion. Können alle Shiny sein. Mit etwas Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Drago Nier, Vibrava und Kapuno. Jetzt ist das Ding. Und Dratini natürlich, sehr cooles Pokémon, genau wie Drago Nier. Wenn ihr dann Drago-Ran machen wollt, noch XL-Bomboms sammeln wollt, alles. Ist das eine feine Sache. Gönnt euch. Nehmt das auf jeden Fall mit. Mit Sneebel XL-Bomboms. Auch eine gute Sache. Nehmt das auch mit. Auch guter Unlicht- oder auch Eisangreifer. So gemischt. Dann habt ihr Flampion. Auch richtig guter Feuerangreifer. Nicht-legendärer Feuerangreifer. XL-Bomboms. Auch feine Sache. Res. Kannst du, so wie es ist, theoretisch stehen lassen. Erstmal. Wer noch Shinies sucht, kann da gerne zupacken. Vibrava finde ich jetzt auch nicht so. Aber Kapuno. Kapuno. Wer das Shiny sucht, gönnt euch Kapuno. Wer XL sucht, gönnt euch Kapuno. Wird nicht so oft auftreten, aber nehmt jedes mit, was ihr seht. Raid-Kämpfe. Und jetzt wird es ganz interessant. Ja. Ihr wisst, wir machen ja immer regelmäßig Raids für Zuschauer. Wir haben in den Raid-Kämpfen Stufe 1. Zabladin. Zabladin. Lichtl. Petsneef. Golbit Kapuno. Wir haben in letzter Zeit schon mal Lichtl-Raids angeboten. Ja. Weil das auch richtig guter Geisterangreifer ist. Guter Feuerangreifer ist. Ansonsten würde ich sagen, der Rest ist eigentlich nicht so krass. Aber Kapuno wieder mal. Ne. Wer das Shiny noch sucht. Oder noch ein gutes mit IV. Hätte man Stufe 1 Raids anbieten können mit Kapuno. Würde ich vielleicht aber jetzt sogar absehen. Weil Kapuno ja trotzdem auch wild erscheinen kann. Und Teil des Events ist. Dass wir das nicht unbedingt im Raid anbieten müssen. Denn. Ihr habt ja den Sharknado im Raid. Der neu ist. Und der ist für alle neu. Den hat noch keiner Shiny. Den kann man dann aber Shiny bekommen. Und viele werden da das Shiny jagen. Deswegen denke ich mal, dass wir 18 Uhr während der Spotlightstunde eben Sharknado Raids anbieten können. Ihr könntet zu Hause mit Rauch sitzen. Könntet Elektek farmen. Weil ja die Elektek Rampenlichtstunde ist. Und könnt, wenn ihr eingeladen werdet, fix einen Sharknado Raid mitmachen. Dann weiter eure Elektek farmen. Alles. Wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ich wusste ja nicht. Kapuno, Sharknado sind zwei sehr interessante Pokémon, die da angeboten werden. Aber da Kapuno eben auch wild erscheinen. Und bei Shadrago nichts von wild erscheint. Würde ich mich hier komplett auf Shadrago konzentrieren. Oder das anbieten für die Shiny Jäger mit meinen kleinen Accounts. Auch Shadrago Raiden. Ansonsten Elektek in den Raids ist an sich ganz cool. Sinnvoller als Magma, sag ich mal. Aber hat ja auch die Spotlightstunde jetzt. Greift da auf jeden Fall zu. Labras hat es seinen Raid Day. Ist an sich auch nicht so nützliches Pokémon. Wer das Shiny noch braucht. Vielleicht. Drago Raiden kann nicht Shiny sein aus dem Raid. Und bei den vielen Drago Nier und Dratinis, die rumfliegen. Und weil es schon Sea Day hat und alles. Sind auch Drago Raiden Raids jetzt nicht unbedingt die erste Option, die ich anbieten würde. Leute, fangt lieber ein paar Dratini. Entwickelt euch dann ein richtig gutes und das passt. Stufe 5. Rishiram Sekron bleibt unverändert. Mega Raids mit Mega Stahlos bleibt unverändert. Also Shadrago wird vielleicht sogar am Donnerstag dann gemacht. Je nachdem, wie gut das am Dienstag ankommt. Könnte man am Donnerstag nochmal Shadrago Raids machen. Und Mega Stahlos eben die Woche danach, wenn Shadrago eben gar nicht mehr da ist. Feldforschungsaufgaben stehen auch hier mit dabei. Den begegnet ihr hier Sneebel Dratini auch aus Feldforschung. Und ihr kriegt dazu wieder Dratini. Dratini will Dratini in Raids. Dratini in den Feldforschungsaufgaben. Dratini nach dem Sea Day. Irgendwann ist auch mal gut Dratini. Es ist ausgelutscht. Ein Wurm. Mit Glück begegnet ihr auch folgenden Pokémon. Kapuno, Shadrago. Ihr müsst also nicht mal Raiden. Ihr braucht keine Kapuno Raids machen. Ihr braucht keine Shadrago Raids machen. Ihr könnt ja auch aus den Feldforschungsaufgaben bekommen. Wir werden trotzdem Shadrago anbieten. Special Bundles steht auch noch mit dabei. Es gibt noch ein exklusives Bundle mit 175 Münzen. Und ihr bekommt drei Fanrate-Pässe. Statt 250 für drei. Also 175 für drei. Nehmt man mit. Ist noch Sparnis nochmal. Aber was ist das für ein komisches Angebot? Hier im Bundle schnell die drei für 175 statt 250. Das finde ich trotzdem komisch. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Findet ihr das genial? Feiert ihr das? Feiert ihr das neue Pokémon? Werdet ihr es Shiny hunten? Ja. Welche Spawns feiert ihr am meisten? Wie gesagt, am interessantesten für mich. Gerade wären dann eigentlich Kapuno und Sneebel. Valdratini und Flampion habe ich schon mehr als genug. Wo fehlt euch das Shiny? Wo braucht ihr noch XL? Was sind eure Lieblings-Pokémon? Werdet ihr eher Raiden oder eher Feldforschungen machen? Macht ihr alles? Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. 18 Uhr wieder bei Shadrago Raids. Wer dabei sein möchte. Euch viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück bei dem Event. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.